Musik Hallöchen und willkommen hier zu einer neuen Folge Eko, hallo! Aber hallo, da sind wir! Ja, auf jeden Fall sind wir wieder da, Mensch, unglaublich! Ohne Asteroiden, was auch sonst, aber natürlich hoch motiviert um, ja, jetzt zu... Über die Welt zu zerstören, wir sind unsere eigenen Asteroiden, wir sind unsere eigenen Asteroiden. Aber hallo! Eindeutig, aber hallo! Guti, dann, ja, können wir ja nochmal ein bisschen zeigen, was eigentlich so im Stream passiert ist am Wochenende. Oh ja, da ist einiges passiert, es war wieder sehr, sehr unterhaltsam, wir haben viel gelacht und viel Blödsinn gemacht, wie soll es auch noch sein? Genau, und der Clemens, der kam auch noch dazu und der war sogar richtig fleißig hier in der Mine und hat hier rumgebaggert. Der hat nämlich gebaggert, genau. Ja, sieht man hier, ne, also da ist auf jeden Fall vieles angegraben. Ja, denn wir brauchen nämlich auf jeden Fall mehr Rohstoffe, mehr Kohle, mehr Eisen, mehr alles. Genau, mehr alles, um die Welt zugrunde zu richten. Genau, denn wir haben ja gesagt, es geht natürlich nach dem Asteroiden weiter, wir wollen selber dafür sorgen, dass wir die Welt hier, ja, zerstören mit Umweltverschmutzung, quasi mit Bodenverschmutzung, mit Luftverschmutzung. Wir wollen gucken, dass wir irgendwie den Meeresspiegel angehoben bekommen und mal schauen, wie das funktioniert. Wir werden da vorher ein kleines, ja, so eine kleine Siedlung aufbauen, Atlantis, wie der Name ja hieß, ne, da wurde ja vorgeschlagen und das werden wir auch so nennen. Ich denke mal an der Stelle, wo vorher das Feriendürfchen war. Ja, ein Häuschen steht ja noch da, der erste Shop damals. Mhm. Und ja, der bleibt natürlich auch da, aber da kommt auch der Rest vom Dörfchen hin. Ja, wir können nochmal ganz kurz einen Ausflug dahin machen. Ja, ich komme sofort mit, ich musste nochmal kurz was Eisen abliefern. Genau, so, dann gehen wir hier ganz kurz runter und wir schauen mal ganz kurz nach, denn wie gesagt, wir wollen ja dafür sorgen, dass der Meeresspiegel steigt. Einfach, da brauchen wir halt ganz viel Luftverschmutzung und dafür haben wir noch ein bisschen was gebaut, das zeigt man dann gleich. Aber hier unten können wir dann so vielleicht, weiß nicht, Atlantis bauen und das dann im Meer versinken lassen. Das ist bestimmt total geil. Ich bin gespannt, wie lange wir brauchen werden, um, ja, das Ganze hier zu versenken. Na, wir brauchen auf jeden Fall fünf, sechs Forges, die 24-7 brennen. Also es dauert schon eine Ecke. Ja. Aber gut, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, ne? Versenkt. Und Atlantis auch nicht an einem Tag versenkt, genau. Ja, genau. Also hier kommt dann unser Feriendürfchen hin, mehr oder weniger. Ja, und dann werden wir mal sehen, dass wir das Ding hier irgendwie unter Wasser gesetzt bekommen. Aber dazu brauchen wir halt noch ein paar Rohstoffe. So, wir haben natürlich auch schon ein bisschen was vorbereitet, was so die Forges angeht. Also quasi so, ja, die Luftverschmutzung haben wir schon mal sichergestellt, kann man eben mehr oder weniger so sagen. Wir haben auch den zweiten Teil der Fabrik wieder aufgeräumt. Ja, das stimmt. Den wollte ich dir gerade mal zeigen. Na, dass ihr mal seht, wir sind mega fleißig unterwegs. Ja, wir haben auf jeden Fall im Stream ja auch noch einiges gefarmt und, ja, ein paar Lämpchen habe ich dann gehängt hier. Alles jetzt ausgeleuchtet, wenn wir was sehen. Ne, ganz wunderbar. Und ansonsten haben wir natürlich hier noch unten schon mal Kohle gesammelt, schon mal Eisen gesammelt im Stream mit dem Clemens zusammen, dass wir das alles durchbrennen können. Ich denke mal, wir werden erstmal Eisenbarren herstellen und daraus dann Stahlplatten, weil es bietet sich einfach an. Und, ja, hier drüben ist die Fabrikhalle mit den neuen Blast-Furnisses, auch schön ausgeleuchtet, auch in groß gebaut und vor allem, ich glaube, das erste Mal, dass die überhaupt fertig geworden ist. Ja, das stimmt. Die war davor ja nicht komplett eingerichtet. Da fehlte, glaube ich, ein bisschen was. Ja, und die ist auch deutlich größer geworden, als es vorher war. Die ging ja nur bis zur Hälfte, also bis zu den Kehrbalken. Ja, hier, zum Mittelbalken. Genau, und da haben wir gesagt, okay, dann bauen wir jetzt hier drüben die Blast-Furnisses rein, also die Hochöfen, und hier können wir dann ganz viel Metall durchschmelzen. Oh ja. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Das kann hier richtig abdampfen, ey. Die sind auch alle verbunden hier oben, man sieht das über Rohrleitungen, das geht alles zu unserem Schornstein in der Wüste. Also Reiterisch können wir das natürlich auch hier alles rauslassen, das wäre auch durchaus möglich. Aber wir werden auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir die Umweltverschmutzung halt, ja, oder beziehungsweise in den Meeresspiegel erstmal überhaupt angehoben bekommen. Mhm, also das haben wir ja vorher noch nicht ausprobiert, von daher wird das für uns ja auch ein erstes Mal. Genau, und wir werden natürlich ein paar Tailings hier in die Landschaft kippen, huch, ein paar Tonnen liegen gelassen oder so. Einfach mal im Wald. Ah, Moment, siehste, bevor ich es vergesse, wir hatten ja noch einen Tipp bekommen, du erinnerst dich? Ja, wir haben einen Tipp bekommen zur Lampe, zur Tischlampe. Und wir werden das mal ausprobieren. Genau. Ob das funktioniert. Denn beim letzten Mal haben wir ja probiert, diese Tischlampe auf den Tisch zu setzen. Man könnte ja denken, das geht mit einer Tischlampe. Müssen wir natürlich wissen, wo die ist. Ja. Die draußen, bitte, in der Kiste. Sagen wir mal, vielleicht habe ich die auch. Nee, ich habe sie nicht. Ich hoffe, sie liegt irgendwo in der Nähe. Ja, die liegt auf jeden Fall irgendwo rum. Die Frage ist nur, wo. Wir gucken mal. Hier in der Nähe nicht. Ja, jedenfalls muss man dann einfach mal die Tischlampe auf einen normalen Block bauen. Und den Block dann wieder abbauen und den Tisch runterschieben. Wir sind natürlich gespannt, ob das so funktioniert. Und vor allen Dingen, wenn das denn tatsächlich sein sollte, dass die Lampe dann auf dem Tisch steht, ob die dann aber auch Strom bekommt. Mhm. Ob das richtig registriert wird quasi. Ja, denn das Problem ist, ist nämlich gar nicht so sichergestellt, dass das unbedingt auch funktioniert. Denn man merkt das bei normalen Lampen. Ähm, da kann man zwar den Blocktoner wegbauen, die bleiben da noch in der Luft schweben. Das Problem an der ganzen Sache ist halt nur, naja, die leuchten dann halt nicht mehr. Mhm. Aber ich finde die Lampe gerade nicht. Toll. Toll. Wer hat die Lampe geklaut? Hm, ich weiß nicht. Also hier ist sie nicht. Ansonsten schmeißt du ja eine neue an. Ich gucke mal kurz. Die dauert da auch nicht so lange, oder? Nee, eigentlich sollte es nicht so lange dauern, aber keine Ahnung, wo die gelandet ist. Naja, bauen wir eine neue. Lampengiebe. Ja, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein interessanter Ansatz. Die Frage ist natürlich, ob es funktioniert. Aber wir werden es testen, haben wir ja gesagt, wir sind doch gerne bereit, ein paar Sachen auszuprobieren. Und es wäre total cool, wenn es klappen würde. Hm, so, wo haben wir die Tischlampe? Ich gucke mal kurz, ob die vielleicht hier in einem der Wagen drin ist. Das Problem ist, die sieht auch nur aus wie hier Steel Table Lamp, sieht aus wie so ein komisches hier, so ein Platzhalter-Template. Ah, okay. So, zwei Minuten, da kriegt man hin, kein Problem. Ja, was sind schon zwei Minuten? Wir können ja schon mal die Vorbereitung treffen, um oben das auszuprobieren, ne? Ja, dann brauchen wir einen normalen Block. Na, ich hole mal einen. Was nimmst du für einen? Naja, irgendein Stein, ist doch egal. Einen schönen Steinblock. Ist ja nicht so wichtig. Ach, wir müssen noch Stizien in die Blumentöpfe werfen, siehst du? Hm. So, okay, das steht schon mal. Aber hier sind sie auch schon wieder weg, die hatten wir gestern angepflanzt. Ja, die verschwinden halt jedes Mal aufs Neue, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil einfach der Blumendienst versagt hat. Mhm. Hier will halt keiner rumkießen. Im Stream haben wir jetzt tatsächlich hier so einen Zettel rangekriegt. Ja, genau. Uns wurde verraten, wie das funktioniert. Man muss halt einfach, ja, gültige Aufträge hier ranhängen. Ich habe da Ewigkeiten probiert, bei mir hat es nicht geklappt. Dann hat Mario einen hier festgelegt und schwupp, hatten wir einen Zettel dran. Leider haben wir aber immer noch nicht die Info bekommen, wie man denn dafür sorgen kann, dass die Eisbox offen ist. Also wir haben ja schon gesehen, wenn man die Eisbox hinsetzen möchte, dass dann halt da ganz viele Items zu sehen sind. Wenn man da aber welche reinpackt, dann ist die Box trotzdem zu. Also wenn ihr da eine Idee habt, wie man diese Box öffnen kann, sodass sie auch offen dasteht oder so, dann immer her damit. Da stellst du gerade einen neuen Auftrag ein. Ja, ich gucke mal ganz kurz. Keine Ahnung, wenn wir mal testen. Der gute Testauftrag. Post Job. Ah, jetzt haben wir zwei. Cool, ne? Geil. Läuft. Da kannst du das ganze Board vollhängen. Auf jeden Fall. Ja, das passt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich meine, hier ist so ein Whiteboard, da darf auch gerne mal was dranstehen oder dranhängen. Ist ja gar nicht das Problem. Ist natürlich ein nettes Gimmick. Habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass das funktioniert. Nee, ich dachte auch, die Dinger bleiben leer. Ja, und wie gesagt, mit der Eisbox hat Anja gerade schon erwähnt. Da sind ja auch Sachen drin zu erkennen, wenn man das Ding platziert. Aber die Frage ist, wie kriegt man die Eisbox auf? Es wäre schön, wenn da wirklich irgendjemand mal einen Tipp hat. Also bitte einen, der auch funktioniert. Also ich meine, wir probieren ja gerne aus, aber da wäre es schon cool, wenn wir irgendwie erfahren, wie das richtig gehen kann. Oder ob es halt wirklich einfach nicht geht. Ist ja alles möglich. So, die Lampe ist fertig. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo ist sie gelandet. Wir haben ja nur so ein, 2000 Kisten. Okay, dann Freunde, Daumen drücken, dass das funktioniert. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ich stehe schon mal bereit. Ich habe ja auch schon mal den Tisch am Start. Oh, schön, die leuchtet ja auch gleich. Na guck mal, die leuchtet auch immer noch. Die leuchtet sogar immer noch, ja. Das ist natürlich cool. Ja, Mensch. Wow, dann herzlichen Dank für diesen Hinweis. Das ist ja cool, dass das klappt. Ja. Sehr schön. Wobei das hat eher eine Fragestellung, ob das funktioniert. Wir wussten es vorher nicht. Und ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat. Der wusste es auch nicht so hundertprozentig. Aber wir haben jetzt den Beweis, es geht. Ja, also ich würde nicht sagen, dass derjenige, der es geschrieben hat, ich weiß echt nicht mehr, wer das war, aber er gesagt hat, dass das nicht geht oder dass das nur unklar ist. Das Einzige, was uns an Info fehlte, war, ob da der Strom durchgeht. Aber der geht durch. Das haben wir ja selber dann getestet jetzt hier quasi. Sehr cool. Ja, Mensch, da sieht das schon mal richtig schnieker aus. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, dass er direkt die Lampe vorm Gesicht hat. Aber na ja, irgendwann ist es immer. Ja, meine Güte. Aber hier seht schon, es geht. Hier hinten wollten wir es ja nicht haben. Da ist ja schon der Kerzenleuchter. Wir können auch austauschen. Hinten die Lampe rein. Der Kerzenleuchter brennt sowieso nicht. Das ist eigentlich auch echt schade, ne? Wenn das Ding mal irgendwie brennen könnte. Ja, der kann ja brennen. Da muss ja Brennstoff rein. Aber das Problem ist, wir brauchen ja nicht jetzt den Brennstoff. Na ja, mein Gott. Da brennt es halt mal ein bisschen hier im Rechenzentrum. Ja, super. Total super. So, pass mal auf. Hören wir es hier so. Aber da hättest du es doch gar nicht abbauen müssen. Aufs Kleine hat es doch gepasst. Nee, hat es nicht. Nur das Kerzenling hat gepasst. Aber hier, das Ding hat nicht gepasst. Das war da nochmal drunter, weil es keinen Snap-Point hat obendrauf. Okay, na gut. Na Mensch, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, finde ich. Ja. Gefällt mir. Schnieke, Mensch. Können wir so lassen. Unglaublich. Jo, also Zettelchen auf jeden Fall auch schon dran. Also wirklich so kleine G-Bix im Spiel, die wir nachher noch kennenlernen, die wir vorher gar nicht kannten. Hm. Dabei ist das so wichtig, auch für das Community-Projekt, ne? Diese Aufträge da dran. Mhm. Dass man einfach da echt mal ein bisschen was hin und her schieben kann. Also wir brauchen dann auch echt mehrere Boards. Ja. Ich glaube, an einem, da wird man nicht glücklich. Schauen wir mal. Mhm. Wie das dann da vorangeht. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ganz viel Eisen. Und wir brauchen noch viel mehr Kohle. Ja, wir müssen ja die Dinger anschmeißen, ne? Irgendwas wollte ich noch zeigen. Äh, ja, also das können wir schon anwerfen. Theoretisch für, ach Moment, wir brauchen noch Kupfer und wir brauchen noch Gold. Uff. Ich werfe auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen was hier an, an Zeug an, was wir noch gebrauchen können, an, ähm, ja, Schaltkreise und so ein Krempel-Factory wollen wir, glaube ich, nicht. Gucken wir mal, komm. Ich geh mal ein bisschen Gold und Kupfer holen. Mhm. Damit das hier vorangeht. Wie viel fehlt denn? Kannst du mir das kurz sagen? Äh, 50, glaube ich. Oh, das ist ja überschaubar. Das kann man machen. Ja, das sollte nicht das Problem sein. So, überhaupt 24 Gold Flakes. Ja, übrigens an der Stelle ein etwas anderer Hinweis. Für diejenigen, die bei uns gerne Secret of Mana geschaut haben, es geht jetzt gerade weiter. Die erste Folge, äh, von der neuen Aufnahme-Session quasi ist schon raus. Mhm. Von daher könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Es gab ja eine etwas, ja, längere Pause. Hatten wir jetzt eigentlich noch nicht eingeplant, dass da so lange Ende im Gelände ist. Aber jetzt geht's weiter. Und es war auch wieder sehr unterhaltsam. Oh ja. Also schaut da rein. Oh, ich brauche mir da ganz viele von diesen Deckenlampen. Ich finde die echt cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Die gefallen mir richtig, richtig gut. Die dicken Dinger da. Die machen viel Licht und sind auch relativ günstig. Ich meine, die kosten jetzt hier halt nicht so wirklich viel Stahl. Also zwei Stahlplatten ist ja nix, sozusagen bei dem ganzen Stahl, die wir haben. Und da kann man auf jeden Fall alles ausleuchten. Auch die Küche, das Rechenzentrum ist ja schon ausgeleuchtet. Die Fabrikhallen haben wir jetzt schön beleuchtet. Also das ist richtig, richtig cool. Das gefällt mir. Das war wirklich eine gute Idee. Oh ja. Ja. Wer weiß, was da demnächst alles noch kommt. Übrigens, wir hatten ja letztens das Problem, dass hier dieser Stein gefedert hat. Und der fehlt schon wieder. Ich hab die letztens reingesetzt und der ist schon wieder weg. Was ist denn da los? Das ist hier eine Stelle, die ist irgendwie, weiß ich nicht. Irgendjemand klaut uns hier den einen Stein. Ich glaub auch. Also hat jemand von euch auch solche Probleme, dass so Steine oder generell Blöcke immer verschwinden, die ihr schon mal gesetzt hattet? Also irgendwie, ich war der Meinung, es hatte letztens, ich glaub, Fenninick oder so, ich bin mir gar nicht sicher, im Stream-Chat schon mal geschrieben, dass es auch passiert ist. Aber wie gesagt, das ist irgendwie merkwürdig. Ja, also wenn ihr das auch habt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Die Frage ist nur, warum. Ja, und landet der irgendwo in der freien Natur, fällt der irgendwo durch, fällt der irgendwo hoch? Was ist mit diesem Stein los? So, der zieht aus hier unten, unglaublich, ey. Ja. Tonnenweise Zeug. So, ich hol mir auch noch ein bisschen Kupfer. Ja, den mach ich auch gerade. 40 Stück haben wir schon mal drin. Ja, schade doch nicht, wir haben ein bisschen mehr davon. Nö, 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 nö. Es muss ja sein. Ich mein, ich hätte eigentlich auch mit dem Bagger hier reingekonnt. Ja, aber für das bisschen brauchen wir das nicht, glaub ich. Dann haben wir auch wieder alles da, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Na gut, Steine brauchen wir ja auch noch, ne? Ich werde noch schlagen. Hilfe! Oh Gott. Ja, wir sind übrigens gespannt, wie das tatsächlich da mit dem Meeresspiegel aussieht und ob da irgendwie die Blöcke direkt verschwinden oder weiß ich nicht, was da passiert. Gerade wenn da irgendwie zum Beispiel Windkraftanlagen so weit unten stehen sollten, was da mit den Windkraftanlagen und sowas, ja, passiert. Also ich fände ehrlich gesagt richtig geil, wenn die einfach unter Wasser stehen bleiben, wenn die da einfach verrotten. Und dann setzen die dann da auch so ein bisschen Algen an. Ja, aber das tun sie ja nicht. Verrotten tut ja nichts hier. Nee, Mann, mit ein bisschen Fantasie. Mann, Fantasie, als wenn wir hier Fantasie hätten. Na, du nicht, nee. Aber hallo, hallo, ich hab ne lebhafte Fantasie. Ja, ich bring jetzt mal kurz das Kupfer weg. Ja, aber ich bin echt zufrieden mit der Mine hier. Richtig cool, dass wir auch so ein Glück haben mit den ganzen Vorkommen. Wir haben ja jetzt schon von einigen von euch mitbekommen, dass die da nicht so viel Glück haben mit den ganzen Erzvorkommen. Bei uns ist das ja echt in Ordnung. Wir haben ja eigentlich alles. Wir haben Gold, Kupfer, Eisen, Kohle. Also Eisen haben wir ohne Ende. Ja, voll cool. Und wir haben hier übrigens keinen Stockpile für Kupfer. Einfach auf den Kohle-Stockpile raufhauen. Okay. Noch ist ein bisschen Platz. Machen wir das mal. Mhm, also ich dachte, ich kann noch ein bisschen was rauf, das ist nicht das Problem. Wir brauchen eh noch ein bisschen Zeug für weitere Windkraftanlagen und sonstiges. Ach, da ist noch Eisen. Huch. Oh, daneben. Ich muss jetzt leider etwas Eisen auch bei der Kohle raufpacken. Das Eisen ist schon voll? Ja, beide Seiten. Ja, weil ihr irgendwie mehr Gold raufgepackt habt. Das war ich nicht. Wie konnte das denn passieren? Wir brauchen noch 20 Gold. Geht ja eigentlich. Ich gehe mal kurz runter in den Bunker. Oder gibt es hier oben irgendwo auch noch Gold? Hm, nee. Doch, warte mal. Da vorne. Aber nicht viel. Aber ein bisschen. Nehmen wir mal kurz das mit. Ich muss bald mein Werkzeug wieder rein. Das geht immer alle zu schnell kaputt. Aber wir sind jetzt noch peinlich verknüpft gewesen. So als Kupfer. Das machen wir gleich durch. Hier haben wir noch Eisen. Das kommt noch angehakt. Dann muss es passen. Okay, super. Ja, für diejenigen, die sich fragen sollten, wie es denn möglich ist, hier überhaupt den Meeresspiegel gesteigen zu lassen. Wir hatten das schon in den Kommentaren mal kurz als Frage. Und es ist halt relativ, naja, blöd zu erklären, wenn man es nicht gerade irgendwie bildlich vor Augen hat. Aber man sieht ja hier zum Beispiel, wir haben gerade aktuell eine CO2-Produktion von 1 ppm pro 4 Stunden. Das heißt, 6 ppm am Tag. Und die Atmosphäre oder die generelle CO2-Emissionen in der Atmosphäre muss unbedingt 375 ppm betragen. Das heißt, wir haben eine Differenz von 50, die wir irgendwie pro Tag generieren müssen. Beziehungsweise nicht pro Tag, sondern die wir halt erstmal überwinden müssen, dafür wir überhaupt einen Auswirkung an den Meeresspiegel haben. Und da haben wir unten eine CO2-Emissionenreduzierung durch Pflanzen. Das heißt, 28 werden automatisch abgebaut. Das heißt, von unseren 6, die wir am Tag produzieren, bleibt halt nichts übrig. Deswegen natürlich ganz viele von diesen Hochöfen, denn wir müssen auf jeden Fall mehr als 28 ppm pro Tag produzieren. Das heißt, irgendwie 5 Blast-Furnesses müssen wirklich 24 Stunden laufen. Und deswegen sammeln wir auch gerade die ganzen Rohstoffe, weil 24 Stunden müssen die Dinger kontinuierlich durchbrennen, damit wir überhaupt 2 ppm mehr haben. Und das ist schon wirklich krass, was man da an Zeit investieren muss, um das Zeug halt wirklich richtig hinzubiegen. Ja, zumindest, wenn man, so wie wir jetzt gerade, nur recht unterbesetzt sind. Das ist was anderes, wenn man da dann wirklich mit mehreren Leuten spielt, dann ist das gut machbar. Und auch, der Aufwand hält sich an Grenzen, aber jetzt quasi so zu zweit recht aktiv dauert das ein bisschen. Ja, deswegen haben wir ja gesagt, das ist so, generell zu zweit ist die Umweltverschmutzung eigentlich fast kaum möglich, wenn man nicht gerade wirklich extrem viel Zeit investiert. Man könnte natürlich, und das machen wir auch, Tailings einfach in den Wald kippen und mal gucken, was da mit dem Wald drüben passiert. Also, ne? Einfach mal so eine Ladung vom Bagger kippen oder sowas in die Richtung, ist weg und durchaus möglich. Aber wie gesagt, alleine schon, ja, die 5 Blast-Furnesses, die wirklich 24 Stunden laufen müssen. Ja, die müssen halt immer beheizt werden. Das ist schon eine Kunst für sich. Warum echt Brennstoff ohne Ende? Mhm. Aber wir werden das hinbekommen. Also, wir können natürlich auch Generatoren und so einen Krempel anwerfen, das ist natürlich auch klar, logisch, das wir immer auch machen. Also, wir werden so viel möglich, ja, produzieren, CO2-Ausstoß, sonst würde das nämlich nichts. Ja, aber wir müssen ja erstmal überhaupt an den Punkt kommen jetzt hier, ne? Also, wie gesagt, das muss erstmal alles irgendwie, ja, vorbereitet werden. Wir sind ja schon fleißig dabei. Und ich muss sagen, ich freue mich tatsächlich auf dieses Experiment. Also, ich hoffe mal, oder wir hoffen mal, dass ihr euch natürlich auch freut auf die Auswirkungen, was das Sinn ist. Denn wir haben es schon mitbekommen, einige von euch haben ja schon gesagt, na, die würden das gerne mal sehen, wie das aussieht und was da passiert. Na, hast du nicht gesehen? Denn die wollen das ungern bei ihrer eigenen Welt machen. Kann ich auch verstehen. Kann ich nachvollziehen. Aber wir sind natürlich hier gerne bereit, mal ein paar soziale Experimente durchzuführen mit der Tier- und Pflanzenwelt hier. Aber hallo, ey. Ne, von daher wisst ihr schon mal Bescheid. Also, wir testen hier gerne alles aus. Und wenn ihr noch weitere, ja, Sachen sehen wollt, was wir testen wollen, immer her damit. Einfach in die Kommentare rein und dann testen wir rum. Mhm. Ich habe übrigens das Deutsche nach oben gebracht. Wir sollten jetzt genug haben. Mhm. So, ich kann sogar tatsächlich hier gar nicht so viele Dinge eingeben. Nur dreistellig maximal. Dann kannst du zwei Projekte starten. Ich kann aber 999 machen und... Na, okay. Ne, springt noch 300. Warum eigentlich? Guck mal, geht doch. Na, siehste. Hat er erkannt. 1000 Eisenbachen. Ui. Das ist mir hergestellt. Ich gucke mir das hier gleich mal an. Zeit, wie... Aber das dauert nur 1 Stunde 40. Und das ist halt der Vorteil, wenn wir nicht aus den ganzen Eisenbachen dann Stahlplatten herstellen. Man sieht das dann hier so... Ähm... Machen wir mal hier, weiß ich nicht, so... Na, komm. Gib mir... Hallo. Das will nicht klappen. 500. Ja, wenn wir hier 500 Stahlplatten herstellen, dann seht ihr mal, was das für ein Aufwand ist. Weil die 500 Stahlplatten brennen halt auch nur 8 Stunden, 19 Minuten. Also, es ist wirklich gar nicht so einfach. Ne? Man muss regelmäßig nachschieben. Ja, und wir bauen, glaube ich, dann einfach ganz viele Generatoren irgendwo in die Welt, damit wir dann halt einfach dort noch ein bisschen Abgase produzieren. Wobei ich nicht hundertprozentig weiß, wie viel... Wir können... Moment, wir können eigentlich mal gucken. Das mache ich mal eben. Ja, mach mal. Denn, wie gesagt, die... Check mal die Lage. Ich weiß nicht, ob die irgendeinen Reinigungsfilter drin haben, denn irgendwie diese Hochöfen produzieren nicht wirklich viel Vergasung. Also, von daher... Hm... Es wird schwierig. So, jetzt muss ich auch natürlich gucken, wo der Generator gelandet ist. Ähm, Generator... Wir hatten den nämlich schon einen und dann können wir den gleich mal anwerfen und mal gucken, wie viel CO2 der produziert. Wir hatten schon einen? Ja, wir mussten ja schon einen bauen, um überhaupt erst mal ins erste Plastik ranzukommen. Ach so. Oh, ja. Oder steht der noch oben? Ich weiß gar nicht. Ich gucke gerade mal. Also, in der Kiste sind nur noch zwei Blast Furnace. Ja, du kannst doch mal gucken bei der Raffinerie, ob der da noch steht, weil wir hatten ja da hingebaut. Ich gehe mal los. Aber ich weiß nicht, ob der da noch ist. So, die Blumerie brauchen wir natürlich auch nochmal, denn, wie gesagt, wir bauen Tailings generieren. Also, ich habe hier nur die Öl-Raffinerie. Da ist kein Generator nix. Nee, gar nicht. Die steht hier im Mutterseelen allein. Ich habe die Lampe gefunden. Ach, sehr gut. Lampen schaden ja nicht, ne? Ja. Wir brauchen mehr Lampen. So, stellt sich echt die Frage, wo ist der blöde Generator gelandet? Das gibt es doch gar nicht. Ordnung ist das halbe Leben. Ja, aber der kann ja nicht weg sein. Bist du sicher, dass da nix steht? Ich habe gerade geguckt, da ist nur die Öl-Raffinerie. Es sei denn, der sieht irgendwie genauso aus, aber... Nee, bei den Ölpumpen oder so. Keine Ahnung. Also, ich kann da mal gucken gehen, weil ich... Aber der kann ja nicht einfach weg sein. Wer weiß, wo der gelandet ist, aber... Nein, der steht da nicht. Merkwürdig, merkwürdig. Generator, wo bist du? Irgendwer hat gemobst. Vielleicht war das ja Clemens. Ja, und wahrscheinlich ist da auch der Stein der eine. Ja, das stimmt. Der baut den bestimmt immer raus. Stillheimlich. Weil man hat ja sonst nix zu tun. Da kann man doch einfach mal Steine klauen. Ich meine, es gibt ja gar nicht so viele Möglichkeiten, wo der Ding stecken kann, ne? Aber irgendwie... Hab ich ja in der Tasche. Ja, wie auch nicht. Keine Ahnung. Da müssen wir auf jeden Fall einen neuen bauen. Naja, okay. Wir bauen ja von allem irgendwie immer alles dreifach gefühlt. Ja, er wird schon wieder auftauchen, ne? Ich kann ja noch mal kurz hier in den Kisten gucken. In der Fabrikhalle. Vielleicht ist er da ja irgendwie... Hier ist schon mal alles mögliche leer. So, dann brauchen wir hier einen Pisten. Was ist denn eigentlich ein Pisten? Nein, ein Kolben. Ach, ein Kolben, okay. Ich kannte das jetzt so nicht. Hier sind fünf... Wir testen einfach mal die Möglichkeiten der Umweltverschmutzung. Beziehungsweise der Luftverschmutzung, Umweltverschmutzung generell. Ist ja auch mit Tailings möglich und sowas. Aber wir wollen einfach mal gucken, was denn hier tatsächlich jetzt ein Ausstoß bei den Generatoren ist. Denn die kann man nämlich auch mit Kohle betreiben. Also man kann natürlich auch Benzin reinkippen, das ist klar. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, das dauert einfach viel zu lange. Und da braucht man tonnenweise von dem, ja, Benzin. Ja. Wo ist Doric? Also hier ist auch keiner in den Kisten, ne? Das ist ja echt merkwürdig. Das wundert mich halt, weil ich ehrlich gar nicht weiß, wo der ist. Ja, in der Futterkiste? Oder warte mal, es gibt ja noch die eine Kiste hier. Nö. Da sind nur Schuhe drin. Hm. Hat vielleicht der Clemens gemuppst. Ja, vielleicht auch nicht. Wer weiß. So, okay. Combustion Generator ist gleich in Arbeit. Mal gucken. Sechs Minuten braucht der. Das ist ja überschaubar. Okay. So, ja. Auf jeden Fall stellen wir jetzt schon mal ganz viel Eisen her. Und wir müssen hier drüben die Stockpiles auch noch voll kippen, denn die Blasförnis oben müssen wir schon mal loslegen. Auch nur mit Eisen? Nur mit Eisen. Also, Eisen hat halt den Vorteil, dass man aus dem Eisenhals, aus dem Eisenerz halt Eisenbachen schmelzen kann. Und aus den Eisenbachen kann man eine Stahlplatte näherstellen. Das ist der Vorteil. Ich schmeiße mich hier gerade wieder in den Bagger. Einmal Eisen hier. Denn man kann halt mit relativ geringer Rohstoffmenge kann man auch schon gut ordentlich die Blasförnis beschäftigen. Oh ja. Oh Gott. Jetzt wieder hier Spaß mit dem Bagger. Ja, weil hier ist schon so ein Loch im Boden. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wahrscheinlich kippt jetzt gleich der Bagger um. Hä? Der hat ja... Öh? Wann hat denn der das abgebaut? Hab ich gar nicht mitgekriegt gerade. Was denn? Ich hab den eigentlich schon leer gemacht und jetzt hab ich schon wieder das komplette Inventar voll hier. Na gut, ich will mich nicht beschweren. Hier hau ich auf jeden Fall schon wieder ein bisschen was unter. Ich hasse, dass du jedes Mal Benzinrosen nimmst. Ja. Aber gestern war das doch nicht so. Gestern hast du doch irgendwie das Richtige rausgekriegt, oder? Ja, das ist halt, wenn da irgendwie Benzin im Lager drin ist und vor allem wenn du das letzte Mal rausnimmst, wenn da eine Chance mehr drin ist. Na toll. Ja, du kannst glaube ich erstmal aufhören. Wir müssen erstmal der ganze Zeug hier irgendwo hin entsorgen. Das kann jetzt erstmal hier runterfallen. Das ist ja wie so ein Bällebad. Tut mir ein bisschen mehr weh. Noch einmal sammeln. So, das Blöde ist natürlich, wir haben noch ganz viele Steine mit am Start. Ja. Aber Steine auch. Der Lager selbst ist auch noch Eisen drin. Das kannst du direkt... Der schaufelt ist ja gerade raus. Nein, das kannst du hier rüberzotteln, weil der steht da direkt daneben. Ja, aber ich schaufel gerne. Ich packe das so rüber. Ah, ist voll, oder? Warte mal. Beide voll. Okay. Ab nach oben. Uiuiui, ich bin ja so ein Riesenkrater hier. Ja, aber ne? Was so eine Mine ist, die muss auch aussehen. Und wir können übrigens, das hatte ich ja auch links in eine Antwort geschrieben, was die Luftverschmutzung angeht. Wir werden auf jeden Fall natürlich dafür sorgen, dass wir ganz viele Bäume umhauen, denn dadurch sinkt ja auch die CO2-Reduzierung der Pflanzen am Tag. Aktuell haben wir knapp 28 ppm, die am Tag abgebaut werden durch Pflanzen. Ich denke mal, die Bäume werden den Großteil davon ausmachen und wenn die ganzen Bäume umhauen, dann dürfte da auch nicht mehr so viel sein. Da können wir auch den Bagger nehmen, ne? Was sollte eigentlich gehen? Ich weiß nicht, ob das mit dem Bagger geht. Ich glaube, wir können mit dem Bagger richtig den Wald platt machen. Also, wir können es testen. Ja, also ich glaube wirklich, dass es geht. Kann ich ein paar Steine hier mit reinpacken oder sollen die nicht hier unten rein? Ne, Steine sollen eigentlich nicht hier hin. Die sollen nach vorne, ne? Ja. Nehme ich mir mal kurz noch die mit. Okay. Dann bringe ich die mal weg. Zum Stockpile am Haus, ne? Wenn wir zu viele Steine haben sollten, können wir vielleicht einfach nur nochmal Zement herstellen. Da brauchst du ja acht Steine pro Zement. Das geht so schnell weg, das Zeug. Ja, ich steppe das jetzt mal nach vorne zum Haus und dann lade ich es erstmal da ab. Ja, wenn da noch Platz ist, weiß ich auch nicht, ne? Ja, das sieht so aus, als ob da so eine ganz kleine Lücke am Stockpile noch frei ist. Schauen, ob die reicht. Wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, das mit den Bäumen testen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall. Das wollen wir mal irgendwie anfangen, zu Beginn der Folge eigentlich wirklich ganz viele Bäume zu fällen und dann gucken wir mal, wie sich das verändert. Das würde mich mal echt ansehen, wie viele Bäume daran glauben müssen, damit irgendwie CO2-Produktion halt, beziehungsweise Reduzierung stattfindet oder dass sie spürbar ist. Wenn wir jetzt natürlich irgendwie, weiß ich nicht, 100 Bäume für 1 ppm oder so fällen müssen, das ist schon nicht so einfach. Das ist schon heftig. Da musst du da wirklich ganz, ganz viele Holzfäller einstellen. Eieiei, aber wir werden es ausprobieren. Oh ja. Dann bringe ich mal den Kart hier wieder runter. Ist der voll der andere? Äh, ne, die mach ich gerade wieder voll. Es ist aber schon echt Wahnsinn, wie viel, also wenn man das mal so in Zahlen sieht und das mal so richtig anschaut, wie viel man da wirklich generieren muss. Also wie gesagt, es müssen halt, die Blast-Furnaces müssen halt wirklich rund um die Uhr laufen. Fünf Stück für 30 ppm ungefähr, ne, also von daher ist es schon Wahnsinn. Und wenn du halt wirklich 500 Stahlplatten in acht Stunden durchhaust, uiuiui, ist, also wenn man sich mal die Relation anschaut, da muss man schon wirklich reinklotzen, Freunde. Na wie gesagt, es ist halt echt was anderes, wenn du da noch mehr Leute hast, dann geht das glaube ich richtig flott. Mhm. Aber wir wollen es natürlich trotzdem testen. Wir wollen es natürlich trotzdem testen. Ja, na ja, natürlich. Sonst wären wir jetzt nicht hier. Ja, und wie gesagt, vergesst nicht, ihr könnt uns immer wieder Vorschläge schicken, was wir denn noch so ausprobieren sollen, um der Umwelt hier zu schaden. Oder generell vielleicht einfach nur so ausprobieren sollen. Oder, ja klar. Wie zum Beispiel die Sache mit der Lampe. Ja, genau. Was ihr schon immer mal sehen wolltet, sozusagen. Jo, der Wagen ist voll, ich bin hier mal hoch. Mhm. Ich mach den anderen hier noch voll. Ja, und während wir hier noch weiter fleißig schaufeln, würde ich trotzdem sagen, wir läuten mal das Ende ein, denn wir haben hier noch reichlich zu tun. Oh ja. Und wir werden uns auf jeden Fall dann gleich mal vorbereiten darauf, dass wir hier so ein bisschen was von den Wäldern entsorgen. Oh Gott. Jetzt ist natürlich die Frage, fangen wir direkt hier bei uns vor der Haustür an und hauen die weg oder gehen wir erst woanders hin? Also ich würde gerne ein paar Meter weiter weg gehen. Jetzt nicht zu weit, aber ich würde jetzt nicht gleich unser Städtchen quasi mit versauen. Ja, das ist vielleicht die Idee. Das wäre echt ein bisschen schade, haben die Bäume so schön gewachsen. Ich meine, die müssen irgendwann mit dran glauben, aber vielleicht nicht gleich zu Beginn. Ja, da werden wir uns schon ein Plätzchen, wenn man ganz viel Wald ist noch so. Ja, ich meine, in der Nähe von Atlantis, da sollte doch eigentlich ein bisschen was wegzuhauen gehen. Ja, pass auf, wahrscheinlich sind die Kakteen hier, was alles abbaut. Genau, ich glaube auch. Na gut, dann sagen wir schon mal ein Danke fürs Reinschauen. Wir sind hier weiter fleißig dabei, die Umwelt zu zerstören, beziehungsweise überhaupt mal die Vorbereitung zu treffen mit der Umweltzerstörung. Und ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Ich bin auch echt gespannt, wie das wird. Das wird richtig cool, Freunde. Es muss. Deswegen beim nächsten Mal einschalten nicht vergessen. Und bis dann, einen schönen Tag. Juhu, tschüss. 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 Tschüss.